Musik 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 Die Band hat was davon gesagt, dass ich hinterher also die Band umbringen darf das war noch kurier wenn er mir das ganze schon anzeigt würdest du einfach aufhören wegzuwarten ich bin kein pirat ich bin vielleicht ein mörder aber kein pirat also gut ich bin doch ein pirat mein kopf fallen lassen heißt fallen lassen danke so viele wachen für die ich kann ich anheuern wie ich hier rum prügel habe ich den eindruck dann ist direkt ein schätzchen machen wir das auch fix komm würdest du einfach danke und eine weitere ach guck an da drüben ist mein animus das wo wo vogel ach da da drüben chanted ist wieder komm komm zieh dich hoch und schon habe ich es verloren nein doch das war eindeutig die schnellste schleicherei die ich je gesehen habe warum warum auch nicht immer schnell nicht schneller gelaufen ist fallen lassen bitte danke was ist das denn ach das ist die rumtrinkerei das wäre hier schon wieder alles klar dann auf zum eigentlichen auftrag vielleicht kommen wir ja diesmal an vielleicht 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 mal guck an ich jetzt noch in Ruhe ich lass mich nicht ablenken nein 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 kommt grundsätzlich grundsätzlich er klettert wenn er nicht klettern soll und klettert nicht wenn er klettern soll weitere Dinge ja jetzt liegt nichts mehr zwischen uns und dem auftrag wenn es der danken war paul aus englern ich will zum gouverneur ich glaube er erwartet mich sie sind ja war wohl entweder mal vor vor vielen dank die zerrassen reichen Ich darf hier nicht mehr laufen. Und irgendwann schießt er ein bisschen. Ja. Ich traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Persis. Sie nannte euch auf Leute gut aussehen. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Duncan Walpole war eigentlich ein Ding, aber war alles klar. Ich kämpfte an, mit einem Mann, neun Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch inderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Schwimmst du durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem alle Wasser vier Kugeln fasst und nicht anders herum. Okay. Achso. Ich glaube, das war's. Nachdem ich jetzt kapiert habe, dass man, äh, ja. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Und nachladen und... Und... Okay. Das versuchen wir noch mal. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. So, komm. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Einen Schuss nachladen. So, kann das nichts werden, wenn ich den ganzen Quatsch... ...erst ewig nachladen muss. Ah, so ein Pech. Nochmal. So. Ich hätte gerne... So. Eine einfache Aufgabe. Einmal noch. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Jetzt macht das nicht mehr Sinn. Geht doch. Und jetzt laden wir lieber nochmal nach. Danke. Wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ach. Beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wann. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Geht natürlich auch. Zwei Klingen. So will es der Brauch, Rui. Brauch ein. Danke. Wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch. Alles, was ich weiß. Ihr. Seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Komm. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so. Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Ein Luftattentat also. So. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen? Ja, natürlich. Wunderbar. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihn im nächsten Moment in den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Nun, Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gerne in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier, in Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich dieselbe Taktik, in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und Arm aber frei nach England zurückkehren. Oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharf sind ich, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres. Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konnte der das vor diesen Piraten retten, was er mir versprochen hat? Ja, Sir. Konnte. Hallöchen Knackseek und danke für dein Follower und willkommen in der Crew. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen. Danke. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich auch hoffe ich, dass es dir gut geht. Du bist gut zu essen. Hattest du da einen angenehmen Tag. Endlich beisammen und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger, trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik, einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht ihr? Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art an Miliar-Sphäre, sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jedenfalls auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr, keine Lügen, keine Betrüger, nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Wählen wir bald, denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts, er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre eher, dass jemand einen wahren Waisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Danken und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren. Wenn ihr den Waisen persönlich trefft, bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht, werden Könige fallen, der Klerus, erblassen, und die Herzen der Welt werden uns gehören. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.